ja willkommen bei diesem video der friede und gnade unseres herrn ist es gris zusammen mit euch allen und ich bin hier wieder mit dem lieben bruder achim zusammen wir wollen heute über die sehr aktuellen themen sprechen israel und ja der krieg der bevorstehende krieg oder die bodenoffensive aber vor allem wollen wir in diesem video 1 nicht tun und zwar nicht angst und sorge verbreiten oder auf diesen zug der angst aufspringen sondern gegenteil wir wollen wirklich dass du als zuseher und danke für deine zeit dass du nach diesem video mehr klarheit hast hoffentlich zu werden möchte und vor allem dass du mit einer ruhe und dem frieden von diesem video raus gehst denn ja was wir heute besprechen wollen sind biblische themen auch weltliche themen und die man uns eben dann verknüpfen kann ich denke es herrscht sehr viel verwirrung aktuell bei den ganzen schlagzeilen ja so wie das fast immer ist wenn etwas schlimmes passiert und kriege auf der welt ausbrechen und denken alle gleich auch mit christen leider das morgen daherkommt und das jetzt alles der wach untergeht die welt geht unter beziehungsweise die trübsalbe ging die letzten sieben jahre und ja wir denken dass das vielleicht nicht das beste denken ist und wie gesagt wir wollen da einfach ein bisschen ruhe reinbringen wir wollen uns ganz nüchtern und sachlich anschauen was sagt liebe dazu viel neues auch wahrscheinlich wird dabei sein dass du vielleicht noch nicht gehört hast auslegen die du nicht kennst was noch passieren muss vor der siebenjährigen kripsalszeit oder der siebzigsten jahrwoche wie wir es aus dem profeten daniel lesen und das sind hier unsere ansichten wir werden einfach darüber sprechen ich und der bruder achim wir teilen vielleicht nicht jede einzelne auslegung der bruder achim ist schon viel viel länger glauben und hat das viel länger schon recherchiert die vielen themen und hat auch sehr interessante auslegen und die er da präsentieren wird und wir werden da einfach ein bisschen drüber sprechen und ja wir hoffen dass es für euch ein gewinn wird auf jeden fall und ja wie ich gesagt habe danke für die zeit ich möchte starten mit einem kurzen bibel vers in satte matthäus 1 vers 7 lesen wir denn gott hat uns nicht einen geist der furcht gegeben sondern der kraft und der liebe und der besonnenheit und das soll wirklich der hauptpunkt 1 von diesem video und starten wir vielleicht am besten einfach mit der bodenoffensive aber davor möchte noch eins klarstellen und zwar dass leider sehr viele christen auch ich vielleicht auch du dass wir oft weltliche dinge weltliche pläne man könnte es nennen agenda 2030 the great reset und was man da so alles hört dass wir es nicht vermischen dürfen mit der biblischen prophezeiung und oft sind christen viel mehr auf solche sachen konzentriert und fokussiert als auf das was in der bibel steht bibel ist oft nur so nebensächtig oder es entsteht eben ein absolutes chaos im kopf und im leben von vielen christen weil sie nicht wissen wie die aktuellen geschehnisse einzuordnen sind genau das wollte ich noch dazu sagen und die zeitstempel wirst du in der video beschreibung finden oder in kommentaren dann angepinnen weil es wahrscheinlich ein längeres wieder werden wird natürlich würden wir empfehlen das alles anzuhören aber wenn dich etwas besonders interessiert dann kannst du dich gerne daran orientieren und dann einfach dorthin springen musste ich ja vielleicht am ehesten interessiert ja gut dann starten wir vielleicht mal mit der bodenoffensive ich werde jetzt nicht oder wir werden jetzt nicht darauf eingehen was passiert ist ich denke das wisst ihr alle bald sollte die bodenoffensive starten jetzt ist herausgekommen dass sich verzögern wird heute ist der der 17 16 16 oktober und ja aktuell ist der stand dass sich verschieben wird wegen dem wetter aber jetzt auch noch wegen dem präsidenten besucher und joe biden dazu gesagt dass er nach israel reisen wird und ja dort einen besuch abstattet das heißt es wird sich ein bisschen rauszögern oder was sagst du zu der bodenoffensive und vor allem was denkst du könnte danach passieren also zuerst mal auch hallo an alle schön dass ihr eingeschaltet habt und dass euch die zeit nimmt für die themen die wir behandeln wollen also die bodenoffensive ist ja groß angekündigt worden jetzt ist es so dass der amerikanische präsident kommen will so wie du gesagt hast eigentlich war gedacht am wochenende jetzt soll etwas früher kommen am mittwoch wieder schon da sein und ich glaube dass bis dahin keine bodenoffensive gestartet werden kann ich denke dass das frühestens dann passiert wenn er wieder zurück geht nach amerika weil er natürlich nicht mit solchen bildern dann konfrontiert wird die wir unter umständen dann sehen die bodenoffensive selber ist eine hoch riskante sache für israel die versuchen natürlich dann irgendwo die hamas dort auch aus der bevölkerung raus zu filtern im moment soll ja die bevölkerung nach süden getrieben werden mehr oder weniger hinter eine eine linie und alles was nördlich ist davon soll bombardiert werden und zwar mit ziemlich starken bomben 2,2 tonnen schwere bomben sollen dort geworfen werden die die bunker und auch die unterirdischen gänge die dort angelegt worden sind auch alle zerstören sollen was ich mir vorstellen könnte wie das weitergeht wenn man den die nördliche hälfte vom gaza streifen so bearbeitet hat dann könnte ich mir vorstellen dass man vielleicht die ersten frauen und kinder aus dem süden wieder durch diese grenze die man dann zieht nach norden lässt und auch mit 100 humanitären hilfsmitteln dann hilfsgütern versieht und dann vielleicht die ersten die man schon kennt und die unauffällig sind und dass man stück für stück dann auch die männer nach norden lässt und unter umständen die hamas mitglieder nicht durch diese grenze lässt und sondern die im süden belässt und dann halt mit denen verfährt so wie der israelische staat es angekündigt hat dann hätte man den gaza streifen von der hamas befreit ja ob das so kommt das ist eine vermutung von mir ob das so kommt weiß ich nicht genau aber sonst würde es für mich keinen sinn machen warum man die ganze bevölkerung nach süden in den gaza streifen konzentriert ja und dann ist die frage wie es danach dann weitergeht die große gefahr ist natürlich dass der iran sich irgendwann einschaltet und dass der dass die hisbollah von vom libanon dazu kommt dass syrien sich einschaltet und die umliegenden arabischen länder speziell islamisch geprägte länder die sind natürlich die haben natürlich eine bevölkerung die das auch sehr aufgewühlt beobachtet und da ist die große große gefahr dass die alle zusammen auf israel dann irgendwann losgehen es kann aber auch durchaus sein dass die ganze sache sich noch mal wieder entspannt ja es ist beides möglich es kann einen sehr langen krieg geben das ist das was man von israel hört ja auch netanjahu stimmt ja die bevölkerung darauf ein aber die bibel sagt eigentlich dass es noch mal eine friedliche phase geben wird ob das jetzt schon soweit ist das muss man sehen aber die bibel spricht davon dass es frieden werden wird wenn auch ein trügerischer frieden aber es muss noch mal eine phase eintreten wo eine entspannung kommt und auch frieden ist im land das erwarte ich eigentlich von der bibel her da gibt es auch liebe stellen zu ich würde ja eigentlich der sagen wir mal der angst und panik und nicht panik aber der angst für jeden fall komplett widersprechen wie es viele jetzt aktuell haben und alleine das sollte dich schon mal beruhigen also was wir anhand der bibel eigentlich sehen ist schon gesagt dass er das bevor der antichrist kommt dass seine zeit auch des friedens sein wird und israel war die letzten jahre alles andere als im frieden also allein vor zwei jahren war es glaube ich oder eineinhalb jahren waren es da gab es schon die letzten raketen angriffe also auf keinen fall ein frieden und ja wie du gesagt das schon die es voll also israel befürchtet dass die es wohl angreifen wird und es gibt auch immer mehr gefechte zu dem norden genau haben der iran hat auch gedroht dass wenn das in gase streifen quasi schlimm wird dass sie dann sich auch einschalten werden wir wissen auch dass die amerikaner ihre zwei das größte kriegsschützer sie haben die gerald ford die eisenhower glaube ich hieß es ja aber all das mag einen vielleicht ja angst machen wie gesagt bibel sagt ja etwas anderes und vielleicht denken jetzt wieder an den dritten tempel ich denke die meisten von euch haben auch mitbekommen dass es das ziel ist eigentlich der juden schon einen dritten tempel zu errichten und sehr viele christen erwarten auch dass dieser dritte tempel unbedingt da sein muss also ob die bibel das eigentlich so wort für wort wiedergibt dass das so sein muss über deine videos und deine arbeit und über unser letztes gespräch habe ich eigentlich auch herausgefunden dass das nicht unbedingt so sein muss ja dass die bibel da überhaupt nicht verspricht dass ein dritter tempel aus stein und gold wieder in gerust entstehen muss das steht da nicht das wünschen sich vielleicht die juden und auch wieder so ein konflikt mit der alaxa moschee die ja aktuell da steht aber ja vielleicht nur ganz kurz nach ihm warum denkst du dass die bibel das nicht wirklich hergibt und wie ist deine beurteilung oder wie siehst du den dritten tempel und gerusalem in der zeit also ich bin auch gerne bei dir wenn du sagst dass man da nicht unbedingt angst haben muss und angst haben soll ich habe hier auch so ein fers hier aus matthäus 24 für 6 da sagt jesus auch seht zu und erschreckt nicht ja er sagt ihr werdet hören kriege und geschrei von kriegen ich habe die alte luther bibel also ihr werdet hören von kriegen und kriegsgerüchten seht zu und erschreckt nicht ja also er sagt seid wachsam seid nüchtern haltet euch ans wort gottes aber erschreckt nicht bei dem ganzen ja ich finde das ist ein ganz wichtiges thema auch dass man bei dem allen eine gewisse nüchternheit sich behält und auch eine gewisse gewisse glaubensruhe einfach die man haben darf in christus und ich glaube auch die themen die wir jetzt behandeln wenn man ein bisschen weiß was die bibel so als fahrplan da vorgibt dann dann hat man eine bestimmte vorstellung und dann lässt man sich vielleicht auch nicht direkt von diesen themen die jetzt vielleicht im gazastreifen laufen oder vielleicht noch von syrien irgendwann auch kommen werden direkt so in die angst rein bringen ja jesus sagt das muss zum ersten alles geschehen aber es ist noch nicht das ende da also jesus sagt auch das kann sich auch hinziehen aber er sagt es erschreckt nicht ja eure wie sagt er alle haare auf eurem haupt sind gezählt ja das sagt der herr zu uns und so denke ich muss man auch die zeit im moment einfach ein wegen dem tempel hast du gefragt also man hört es immer wieder im internet und natürlich auch in predigen ich selber habe das auch seit über 30 jahren in predigen immer wieder gehört dass die juden in der endzeit noch einen dritten jüdischen tempel bauen wollen und dass dieser tempel unbedingt da sein müsse weil sonst die prophetie nicht in erfüllung gehen könne das problem ist dass man im neuen testament ich glaube fünf stellen insgesamt nur hat die von einem tempel sprechen oder von einem tempel gottes oder von von tempel des geistes und immer wenn davon die rede ist also speziell wenn paulus davon spricht dass es ein tempel des geistes gibt oder ein tempel gottes dann meint er immer die gemeinde jesu also wir sind ein tempel im heiligen geist ja oder jedes einzelnen leib ist ein tempel im heiligen geist und das ist durchgängig im neuen testament so der gedanke ist der dass man sagt da wo gott wohnt da ist sein haus wenn gott durch den glauben in unseren herzen wohnt wenn gott seinen geist uns gegeben hat dann wohnt gott in uns und dann sind wir sein haus ja da wo wir wohnen ist unser haus wenn gott in uns wohnung genommen hat durch den glauben dann ist jeder einzelne christ ein tempel ein tempel gottes ein haus gottes und die gemeinde in gänze auch ein tempel gottes ein haus gottes ja und das ist eigentlich auch gängige lehre durch die christenheit durch die letzten 2000 jahre das problem ist jetzt dass es insbesondere eine stelle gibt die etwas kompliziert ist und zwar sagte paulus im zweiten thessalonischer zwei dass der antichrist sich in den tempel gottes setzt und jetzt hat man ein problem weil man sagt ja gut der antichrist ist eine person wie soll der sich jetzt in die gemeinde jesu reinsetzen oder wie soll der sich in jeden einzelnen christen reinsetzen auf der welt das funktioniert ja nicht also sagt man gut man hilft sich dann mit der konstruktion und sagt ja gut der antichrist der setzt sich in die gemeinde oder in die kirche ein indem unbiblische antichristische lehren in der kirche einzug halten das ist meiner meinung nach so eine hilfsweise erläuterung ja andere die aus der evangelikalen richtung kommen die sagen ja gut die juden bauen in der letzten zeit noch einen tempel einen dritten jüdischen tempel mit dem hohen priester und wo geopfert wird und dann sind ja diese red heifers diese roten kühe die gezüchtet wurden in amerika irgendwie auch gen manipuliert da versucht man ja irgendwie diese roten kühe nach israel zu bringen um diesen tempel dienst wieder anfangen zu können denn die braucht man dazu und man sagt jetzt dass die juden diesen tempel bauen und dass der antichrist sich in der tempel mehr ja der tempelberg ist leer da steht jetzt die alaqsa moschee drauf und auf der stelle wo der tempel gewesen ist da steht der felsendom das heißt die juden können im moment einen so genannten jüdischen tempel nicht bauen selbst wenn sie wollten und da ist jetzt die überlegung also wenn jetzt mal irgend so eine rakete versehentlich auf den tempelberg fliegen würde und würde dort die alaqsa moschee oder die den felsendom zerstören dass die juden dann unter umständen ihren tempel dort bauen könnten das sind alles überlegungen dann sagen natürlich auch viele ja gut die die tempelgeräte sind schon fertig die juden proben schon den gottesdienst die haben schon ein brandopfer altar eingeweiht die steine für den tempel sind fertig die menorah aus gold diese siebenarmige leuchter ist fertig und eigentlich ist alles da um den tempel innerhalb von kürzester zeit aufbauen zu können ja ich denke das sind wie du gesagt dass zwei verschiedene dinge das eine ist das was die bibel als prophetie uns vorgibt und das andere ist das was die juden oder das tempelinstitut in israel plant ja selbst wenn die juden noch einen tempel bauen würden glaube ich nicht dass paulus das gemeint hat wenn er das sagt ja weil paulus immer wenn er vom tempel gottes spricht oder vom tempel des geistes sagt ein zweiter gründer 5 sagt er auch leib ist ein tempel des heiligen geistes dann spricht er immer von der gemeinde jesu aber jetzt hat man probleme dieser stelle in zweiter thessalonischer 2 wo steht der antichrist setzt sich in den tempel gottes weil man entweder sagt ja gut das würde ja bedeuten dass der antichrist sich in die gemeinde jesu irgendwie reinsetzt ja also diese aussage macht irgendwie keinen sinn und weiß das auch und hilft sich dann mit dieser hilfskonstruktion dass ich unbibliche lehren in die kirche einschleichen würden und andere sagen die juden bauen noch einen tempel und jetzt komme ich eigentlich zum punkt der mich so ein bisschen bewegt dabei wenn die juden ein tempel bauen dann würde der ja nach alttestamentlichen ritus betrieben also nach aronitischem levitischen christertum wir würden dort einen hohen priester einsetzen die würden dort lämmer schlachten und deren blut dann halt anwenden auf den altar so wie das im alten testament auch steht das problem bei der sache ist aber dass wir einen hohen priester haben wir christen ja also unser hoher priester ist jesus christus und er ist ein priester nach der weise melchisedex und er ist ein ewiger priester das heißt also wir leben in einem ganz neuen priestertum wenn die juden jetzt aber ein tempel bauen in jerusalem auf dem tempelberg und den nach alttestamentlich aronitisch levitischen ritus führen würden dann würden die ja dem priestertum christi widersprechen und wäre nicht dem priestertum christi also dieser tempel den die juden dort planen der im falschen heilszeitraum ja denn das priestertum christi ist ewig und allumfassend und universal und für jeden im glauben zugänglich aber das priestertum vom sinai das ist vorbei das hat geendet das steht auch in der bibel in hebräer 7 vers 12 wer das aufschlagen will da da steht wo sich das priestertum geändert hat da muss sich auch das gesetz ändern ja also das neue testament sagt das priestertum hat sich geändert vom priestertum aarons und levis hin zum priestertum jesu christi wenn jetzt aber paulus schreibt dass sich der antichrist in einen tempel gottes setzt dann würde ich behaupten wollen dass dieser tempel den die juden dort planen nicht mehr der tempel gottes ist weil der das priestertum jesu christi ignoriert ja also wenn die juden dort einen hohen priester einsetzen dann könnten wir christen den ja nicht akzeptieren weil wir haben schon einen hohen priester wenn die dort ein lamm opfern für ihre sünde dann würde gott das laut neuem testament nicht akzeptieren weil er seinen sohn auf golgatha gegeben hat ja dieser tempel der dann dort nach alttestamentlichen ritus betrieben würde der wäre gar kein tempel gottes jetzt sagt aber paulus nicht der antichrist setzt sich in den tempel in klammern in einen jüdischen tempel den die juden noch bauen sondern paulus sagt der tempel der antichrist setzt sich in den tempel gottes und jetzt ist das problem dass man dafür keine erklärung hat man hat keine auslegung dafür und damit kommt man dann eigentlich zu dem thema was wir beim letzten mal uns angeschaut haben von der wiedergeburt jerusalems ja also ich glaube dass ja ich denke das würde den rahmen dann noch doch sprengen weil die wiedergeburt ist möglich also ein thema das ist das hier so tief und wir haben das im letzten im letzten video sehr sehr ausführlich behandelt und der bruder hat eine eigene playlist das sind also du hast mir gesagt dass du schon seit 25 plus jahren das weißt und an diesem thema unter dieser auslegung arbeitest und forscht und ja also du hast es so stark ausgearbeitet ich kann jedem empfehlen das einfach nur sich anschauen auf dem kanal von buddha achim und es macht einfach wirklich sinn und wie schon gesagt also dieser tempel sollte er mal dann gebaut werden dann ist das nicht der tempel gottes das hat mit der bibel dann gar nichts zu tun wenn sie das so machen wollen natürlich das ist deren sache und es ist in ordnung aber die bibel gibt es nicht her und auf jeden fall das gibt eine einige verse von denen man das dann her leiten kann die wiedergeburt jerusalems und das ist es so auf du dann hinaus wollte es denke ich also johannes 3 und im alten testament gibt es noch einiges an jesaja und die tochter liegt in wehen und doch das ist vielleicht genau das ist vielleicht nur ganz kurz so in ein paar sätzen ist unmöglich aber das ist vielleicht einfach nur den zusehern so in ja kurzer würze quasi so die die prägnantesten verse mit gibst vielleicht so paar verse einfach und das grundkonzept vielleicht nur kurz erklärt dass die die es noch nicht kennen einfach dass auch mitkommen können ja also eine minute ja 60 sekunden versuchen wir mal so durchzugehen ja 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 also der gedanke ist nicht so schwer zu verstehen die gemeinde jesu hat angefangen vor 2000 jahren in jerusalem zu pfingsten ja da gab es zum ersten mal wiedergeburt und da ist die neutestamentliche gemeinde jesu begonnen damals noch mit juden ja von israel oder von jerusalem aus ist das evangelium dann nach galiläa gegangen von da aus durch paulus in die ganze welt ja 2000 jahre lang war das evangelium unter allen völkern ja und hat dort menschen gehabt die an jesus christus geglaubt haben und der gedanke den ich habe ist der dass am ende der gemeinde zeit die stadt jerusalem komplett zum glauben an jesus christus kommt ja das wird meiner meinung nach sein dass jerusalem dann noch mal belagert wird jerusalem mit politisch isoliert wird belagert und die angst der belagerten innerhalb der stadt da bleiben wahrscheinlich nur noch wenige tausend dann in der stadt übrig die sonst nicht wissen wohin und diese angst der belagerten in der stadt jerusalem die vergleicht die bibel mit wehen die tochter zion kommt in wehen und gebiert ist das alttestamentlich prophetische bild dafür und das finden wir oft im alten testament zum beispiel in jesaja 7 vers 14 ja siehe eine jungfrau ist schwanger und wird einen sohn gebären das hat damit zu tun also der gedanke ist der die gemeinde jesu begann in jerusalem und die gemeinde jesu wird in jerusalem auch wieder enden und dazwischen ist die gemeinde jesu schwerpunktmäßig aus aus heidenvölkern oder aus nicht juden aus völkern der welt hat die bestanden ja wir glauben im allgemeinen wenn man im internet irgendwelche sachen anschaut dass jetzt irgendwann die entrückung ist und dann eine drangsalzzeit kommt und dann wird jesus sein sein tausendjähriges reich aufbauen ich glaube aber dass gott seiner stadt der königsstadt jerusalem noch mal gnade schenkt und dass auch die noch zum glauben an jesus christus kommen wird an einem bestimmten tag und dann wäre die gemeinde vollständig ja dann hätte die gemeinde in jerusalem angefangen wer zu den völkern der welt gegangen und am ende der zeit findet sie ihren abschluss wieder in jerusalem da schließt sich dann der kreis und wenn der tag kommt an dem jerusalem zum glauben an jesus christus kommt das wird meiner meinung nach kein prozess sein so wie jetzt in israel schon einige messianische juden auch sind die an jesus glauben sondern ich glaube das wird ein ein ganz bestimmter tag sein so wie pfingsten auch an einem ganz bestimmten tag gewesen ist ja das ist der gedanke und wenn jerusalem zum glauben an jesus kommt dann wären in den mauern jerusalems gläubige menschen wahrscheinlich ein großteil davon werden ehemalige orthodoxe juden vielleicht auch sein aber die glauben an jesus und bis dahin wird auch keine entrückung gewesen sein warum naja weil die wiedergeburt der stadt jerusalem noch zur gemeinde jesu dazugehört und die gemeinde jesu ist nicht zerteilt also es gibt nicht zwei oder drei entrückungen wo die gemeinde teilweise entrückt wird sondern wenn die wenn die stadt jerusalem zum glauben an jesus kommt findet die gemeinde jesu ihren abschluss und dann kommt irgendwann auch die entrückung bis zu diesem tag glaube ich wird es keine entrückung geben aber wenn die stadt jerusalem wiedergeboren ist und in der stadt jerusalem wiedergeborene christen sind dann sind ja wie wir auch ein königliches priestertum ja das würde bedeuten dass dann in jerusalem priestertum ist und wenn man sich israel vorstellen könnte wie den tempel oder wie die stiftshütte ja also den norden israels als vorhof juda als heiligtum jerusalem als allerheiligstes und der berg zion der opferaltar auf dem christus geopfert wurde dann hätte man wirklich ein heiliges land und wenn dann jerusalem wiedergeboren wird dann hätte man ja in diesem heiligen land in diesem tempel priesterschaft und ich glaube dass diese menschen die dann in jerusalem sind und an jesus glauben dass die der antichrist töten wird weil paulus sagt der antichrist wird in den tempel gottes gehen und sich dort verehren lassen ja wenn jerusalem wiedergeboren ist am ende der der zeit dann ist jerusalem ein tempel gottes und zwar physisch so dass ein mensch da hineingehen kann in die stadt aber auch vor allem geistlich weil die stadt jerusalem wiedergeboren ist die tochter zion hat geboren ja hat wiedergeburt erlebt das ist der gedanke der dahinter steht und ich glaube dass paulus diesen tempel meint ja nicht ein tempel der noch aus stein und holz und gold gebaut werden sollte auf dem tempelwerk sondern die ganze stadt jerusalem wird dann tempel sein und ich glaube dass paulus das wusste das ist jetzt so in so ganz dürren worten mal erklärt worum es da ging und dass er mit den thessalonischen darüber gesprochen hat und ich glaube wenn man von der wiedergeburt jerusalems weiß dass diese bibelstelle dann besser verständlich wird als das bisher der fall war deswegen lege ich so viel wert darauf dass man davon weiß ja das ist so ein ganz kurzer überriss ja genau ja also für dich als zuhörer wenn du das zum ersten mal hörst dann ich kann dich sehr gut verstehen und wir können mich sehr gut verstehen wenn das für dich komplett fremd klingt deshalb möchte einfach nur wirklich ans herz legen einfach vielleicht eine ein video vom bruder anzuhören wo er das so ich glaube in so ungefähr 30 40 minuten hast du das auch mal zusammengefasst gibt es kurz das ist wirklich genau eine arbeit von 25 jahren mit so vielen die bestellen bibel versen und für mich alles auch neu aber ja es ist wirklich drinnen also deshalb kann ich da einfach nur verweisen und wir müssen weitermachen weil wir noch viele themen vor uns haben aber ja vielen dank schon mal dafür und dass das thema zieht sich dann eigentlich auch auch weiter ja das kommt dann in sehr vielen bereichen vor in sachen endzeit und genau wollen wir vielleicht dann ich möchte noch ein paar sachen sagen zur bodenoffensive und zwar einerseits glaube ich dass das auf jeden fall ein fleischwolf wird wie auch vielleicht jetzt bachmuth oder ich möchte es nicht vergleichen mit der starlingrad das wäre absolut übertrieben aber ja bachmuth vielleicht ja also einfach ein ort dieser häuser kann ich sehr wichtig das schlimmste was den krieg haben kannst als das nur gehört habe dass der israel mit 10.000 100.000 kontenaten rein möchte was um jede ecke kannst und scharf sitzen haben minen spring fallen alles mögliche einfach also die können da auch einfach bomben hinterlegen und ja selbst und attentäter jeder zivilist mit einem messer ist auch eine gefahr also sehr sehr schlimm auf jeden fall und deshalb freue ich mich da überhaupt nicht auf die bilder und videos die man da wahrscheinlich sehen wird in ein paar wochen wenn es zum angriff kommen und wie es auch kommen mag ob das eskalieren sollte oder nicht ich denke dass da auf jeden fall ein plan dahinter ist ich denke dass in der politik und als recht in der weltpolitik nichts aus zufall passiert und gerade wenn du dich ein bisschen informiert hast mit dem ablauf mit dem angriff der hamas und vielleicht auch bescheid weißt über mossad den israelischen geheimdienst also beim besten wählen kann ich nicht glauben dass das ein mishap also ein ja wie soll ich sagen mal passiert ist dass sie überrascht wurden beim besten wählen nicht nur meine persönliche meinung jeder hat natürlich ganz frei entscheiden aber es fällt mir sehr schwer das zu glauben einfach weil das einer der besten geheimnisse der welt ist die haben das seit über einem jahr geprobt informationen sind frei zugänglich und selbst ja die ganze bevölkerung in israel kann es nicht fassen sind entsetzt darüber und viele auch mitarbeiter der armee sprechen darüber dass zum beispiel der gazastreifen einer der bestbewachtesten orte der welt ist kameras bewegungssensoren hitzesensoren druck sind dann wahrscheinlich alles mögliche ist da dabei da wird jede kleinste maus registriert und eine taube die da irgendwie drüber fliegt wird da registriert und das dann ich glaube es waren sogar bis zu 2000 terroristen über luft land und sogar über das wasser durchdringen können und dass keine antwort von der israelischen armee kam für ich glaube über vier stunden über drei oder vier stunden ist für mich ich sagte einfach gar nichts dazu ja da kann sich hier seine eigene gedanken so viel nur dazu was das dann bedeutet im endeffekt was ändert der angriff ist passiert aber die frage ist das so schön gesagt war noch telegram zuerst hatten wir das c dann hatten wir die ukraine das haben wir israel und cui bedeutet dann kui und vielleicht kennst du den spruch kui bono das bedeutet so viel wie der wem dient es oder wer hat den benefit davon bono ja wem dient das und da kann man dann seine eigenen gedanken sich machen auch mit dem dritten tempel eben aber das sind alles nur gedankenspielchen wir wollen uns jetzt auf die bibel beziehen und was die bibel dazu sagt und dazu wollen wir jetzt wirklich mal kommen und auch wirklich tief eintauchen wir haben ein paar themenpunkte dass du vielleicht nur eine forscher hast eine kleine und zwar wollen wir kurz vielleicht übersprechen der antichrist soll in einer zeit des friedens kommen haben wir aktuell frieden effektiv nicht da wollen wir einfach dir ein paar bibel verse vielleicht zeigen dann was muss noch passieren bevor die letzten sieben jahre anfangen ich denke die meisten christen reden davon schon wahrscheinlich seit seit dem c virus ja ist das schon das mahlzeichen morgen werden wir entrückt jeden moment könnten wir entrückt werden und ich habe das schon mehrmals gehört und ich denke dass jeder christ und vielleicht auch du achim dass da einfach wirklich in jeder generation es so ist dass mit jedem schlimmen ereignis alle glauben jetzt ist es soweit jetzt kommt ihr also die richtig die letzte endzeit letzten sieben jahre und ist dann doch nicht so gekommen ich denke das möchten wir auch euch mitgeben dass wir da einfach nicht vorherrlich sind und nicht auf die welt reagieren sondern auf die bibel reagieren und in deinen augen muss etwas passieren wahrscheinlich die meisten von euch nicht am schirm haben also überhaupt nicht und zwar die teilung israels und dass es da verse für gibt die werden wir jetzt ansehen und danach kok und magok weil das auch sehr oft jetzt aktuell wieder genannt wird viele denken dass das vor in sieben jahren trübsal vor der siebzigsten jahres woche noch passieren soll das werden wir auch besprechen und ja an der stelle es gibt ein paar verse eben dass der antichrist in friedenszeit kommen wird daniel 11 21 daniel 8 25 und erster desalonicher 5 1 es gibt eventuell noch weitere aber die aufgeschrieben wir haben wir uns zusammen noch vor dem video aufgeschrieben oder rechts nur noch mehr möchtest du vielleicht einen oder zwei davon mal vorlesen oder einfach nur kurz deine sicht zudem zu dieser aussage auslegung vielleicht einfach mal teilen wie wir dazu kommen ja also vielleicht zu dem thema frieden dass noch mal so eine friedliche phase kommen muss du hast den vers schon genannt daniel 11 21 da wird geschrieben von einem na ich sag mal etwas verkürzt von einem syrischen machthaber dem antiochus epiphanes der hat so 100 bis 164 gelebt weiß ich genau wann der geboren ist geherrscht hat er von 171 vor christus bis 164 vor christus erstaunlicherweise sieben jahre ja also ist auch der typus für den antichristen im alten testament schlechthin und dieser antiochus epiphanes war ein syrer damals hieß das selleutia also seleukiden reich und der war der achte seleukiden könig und von dem schreibt daniel schon im jahr 550 also 60 jahrhundert vor christus in daniel 11 21 er schreibt von dem vorgänger von antiochus und dann schreibt er in vers 21 an dessen stadt also an stadt des vorgängers wird aufkommen ein ungeachteter welchen die ehre des königreichs nicht zugedacht war das war antiochus er kommt aus rom zurück aus der gefangenschaft in den vorderen orient und da steht in der bibel der wird mitten im frieden kommen und das königreich mit süßen worten einnehmen oder an sich reißen und diese aussage betrifft eigentlich den historischen antiochus epiphanes hat aber auch auswirkungen auf diese endzeit figur antichrist ja dass der antichrist eine endzeitliche wiederholung dieses historischen antiochus epiphanes sein wird und das was daniel hier schreibt dass dieser antiochus epiphanes ein ungeachteter war der war normalerweise in der königlichen dynastie überhaupt nicht vorgesehen der kommt mitten im frieden und nimmt das königreich mit süßen worten ein reißt das an sich ja und wird dann herrscher und wäre fast der herrscher der welt geworden wenn die römer ihn nicht gestoppt hätten damals und das römische reich dann angefangen hat ja und paulus glaube ich der nimmt bezug darauf und sagt in erste thessalonischer 5 in von vers 1 von den zeiten aber und stunden liebe brüder ist nicht not euch zu schreiben denn ihr selbst wisst gewiss dass der tag des herrn wird kommen wie ein dieb in der nacht und jetzt kommt dieser vers denn wenn sie werden sagen es ist friede es hat keine gefahr so wird sie das verderben schnell überfallen gleich wie der schmerz eine schwangere frau und nicht entfliehen also hier auch wieder thema schwangerschaft nur wegen dem thema jerusalem wiedergeburt wehen ja also das spielt hier auch wieder rein wo ich aber jetzt hier drauf eigentlich hinaus möchte ist dass paulus sagt es wird ein ruf sein friede friede es hat keine gefahr und ich glaube dass paulus auf diese stelle in daniel 11 21 abhebt und die den thessalonischen erklärt hat und sie hier noch mal daran erinnert an die bibelstunden die er da in thessaloniki gehalten hat und sagt da wird ein ruf sein friede friede es hat keine gefahr und dann geht es unerwartet und abrupt los das ist die perspektive die der paulus hatte und die nehme ich mir auch mache mir die auch zu eigen wegen daniel 11 21 und wegen erste thessalonischer 5 vers 3 ja das werden die werden die stellen ja und dann hast du angesprochen die teilung israels genau das ist ein großes thema ja schon starten mit gerne ja ja also das ist etwas was ich auch noch nie gesehen habe in der literatur bisher und ich habe jetzt auch mit einigen pastoren darüber gesprochen auch pastoren die aus israel sind und habe auch einige videos dazu gemacht weil das für mich auch neu gewesen ist ich gehe davon aus dass israel zerbrechen wird in zwei teile in einen norden und in einen süden warum weil das in der biblischen antike immer schon so war also in der antike in der biblischen antike war ja israel zunächst ein volk unter saul und david und unter salomo und nach salomo ist das reich auseinander gebrochen in den nordreich und in südreich im norden ephraim und im süden juda das hat die ganze zeit angedauert das war so um 926 vor christus ist israel auseinander gebrochen und das hat angedauert bis 722 vor christus da kam die babylonische gefangenschaft die asyrische gefangenschaft da ist das nordreich israels die zehn nordstämme sind erobert worden von assyrien in klammern iran ja der heutige iran das ist die gegend dort und da sind die zehn nordstämme in die asyrische gefangenschaft geführt worden und von da nie mehr zurückgekommen und dann noch mal knapp 200 jahre später ist dann das südreich auch juda in die babylonische gefangenschaft gegangen und da 70 jahre in babylon gewesen und danach wieder zurückgekommen ins land so ist ganz grob der geschichtliche abriss und es gibt bestimmte stellen insbesondere in jesaja sieben können uns auch gleich angucken und sachariel vor allem das ist fast noch besser nachzuvollziehen wo man sehen kann dass für die endzeit vorausgesetzt ist dass israel wieder geteilt ist und zwar in einen südlichen teil und einen nördlichen teil also in ein juda und ein ephraim und das war für mich als ich das zum ersten mal gesehen habe sagt man da mein blowing ja also es hat mich total bewegt weil ich das nicht erwartet hatte aber plötzlich sieht man dass joel oder micha oder auch die die ganzen kleinen propheten auch die großen jeremia jesaja für die endzeit unterstellen dass es ephraim gibt dass es juda gibt manchmal meinen sie alles zusammen dann sprechen sie auch von israel die sind also hoch exakt in dem was die dort für israel verheißen und die setzen voraus dass es in der endzeit wieder ein ephraim gibt und ein juda und darüber habe ich glaube ich vor fünf jahren das erste video gemacht und jetzt haben wir seit zehn monaten diese demonstrationen die erstaunlicherweise zwischen tel aviv dem norden und jerusalem im süden sind also der der norden israels ist sehr modern zum teil auch sehr stark lgbtq geprägt ja also da gibt es alles was ein moderner mensch sich so vorstellt und verspricht vom leben und den im süden der ist etwas ärmer und ist da sind die gottergebenen orthodoxen juden ja auch mit ihren vor- und nachteilen aber so ist ungefähr die aufteilung in israel tel aviv sagt man oder wie heißt es in haifa ist die stadt zum arbeiten tel aviv ist die stadt zum leben und jerusalem ist die stadt zum beten ja so muss man sich vorstellen und das hat mich sehr bewegt die letzten zehn monate wo diese demonstrationen gewesen sind wo hunderttausende leute in tel aviv demonstriert haben gegen jerusalem gegen ihre regierung und der staat war kurz davor auseinander zu brechen und das hat mich sehr bewegt weil ich glaube dass die bibel das wir können sich stellen nachher anschauen dass die bibel das sagt dass das in der letzten zeit so sein wird und plötzlich sieht man das auf der straße in tel aviv und in jerusalem und wie stark die die spaltung im land gewesen ist ein bruder hat sie mir gesagt die zwei staaten lösung bekommt eine ganz neue dimension das ist dann aber kein keine zwei staaten lösung zwischen jüdischen israelis und arabischen israelis sondern zwischen tel aviv und jerusalem und auch politiker in israel haben gesagt also wenn sie sich das anschauen sind sie erinnert an die zeit der könige als israel auseinandergebrochen ist und es würde sogar die die geografischen gegenden exakt abbilden von dem was im alten testament gewesen ist hat zum beispiel der botschafter von israel gesagt der acht jahre lang in washington botschafter gewesen ist im fernsehen die rabbiner haben das gesagt ja wenn es so weitergeht in israel zerbricht das land wie unter rehabeam dem sohn von jerobiam also die weisen auch auf diese alttestamentlichen strukturen hin und der riss heute in israel geht tatsächlich zwischen dem norden und dem süden und was du auch gesagt hast mit der der situation die dort passiert ist mit der hamas das war vollkommen erstaunlich dass die geheimdienste das nicht mitbekommen haben das ist eigentlich unmöglich weil die ganz viele sicherheitsvorkehrungen dort betroffen haben und obwohl jetzt dieser krieg dort ansteht ist die bevölkerung immer noch aufgebracht und da schweigen die stimmen nicht die gegen diese regierung sind in jerusalem sagen ihr seid nicht in der lage uns zu regieren wir wollen die regierung stürzen und ich glaube wenn es noch ein bisschen weiter geht dass der norden irgendwann sagt wir trennen uns vom süden das halte ich durchaus für möglich ich glaube dass man das in der bibel sehen kann können uns die stellen gleich angucken aber man sieht es auf der straße mittlerweile ja das ist heftig ja die araber haben daneben gestanden haben sagt wartet nur die israelis die zerstören sich gerade selbst ja nicht eingreifen keine unruhen machen ball flach halten die sind schon mit wasserwerfern auf der straße das hat die welt noch nicht gesehen dass zum 75 geburtstag israels israel ist auf der straße gewesen sind sich gegenseitig mit mit wasserwerfern beschossen das hat die welt noch nicht gesehen und der staat war schon kurz davor zu zerbrechen und hat jetzt noch mal so eine unterbrechung bekommen durch diese auseinandersetzung mit der hamas die erstaunlich pünktlich kam ja ohne da jetzt was argwöhnend zu wollen aber das war war schon erstaunlich ja nicht nur das also von dem aspekt her würde es sinn machen wenn man das so sagen kann aber da gibt es ja noch sehr viel andere pläne im hintergrund und ja ich denke viele christen wissen da auch bescheid aber eine spekulation wäre eben auch der tempelberg ja natürlich die alakse moschee wird sich nicht in luft auflösen von heute auf morgen ohne irgendein zutun ja reine spekulation natürlich aber es gibt noch einen interessanten umstand und zwar es gab ja mehrere kriege in die israel verwickelt gewesen ist 1967 1948 1967 1973 jom kippur krieg und jetzt auch fast auf den jahrestag genau wieder diese auseinandersetzung mit der hamas der jom kippur krieg vor 50 jahren war auch vollkommen unerwartet von israel aber jeder krieg hat für israel eklatante gebiets ausweitungen gebracht und ich könnte mir vorstellen dass das jetzt auch wieder der fall sein könnte denn man darf nicht vergessen dass das westjordanland die westbank die ja praktisch zwischen jordan und mittelmeer sich erstreckt die lässt für israel nur noch einen 14 kilometer schmalen streifen übrig und israel ist da sehr stark taliert und israel hat immer angst wenn es aufstände gibt im westjordanland dass dann der norden israels vom süden relativ schnell abgeschnitten werden könnte weil das nur 14 kilometer sind bis zum meer und es könnte natürlich auch eine überlegung sein der israelis zu sagen wir wollen uns die westbank wieder ja um die um die ruhe wieder herzustellen im land und dass das im gasastreifen der anfang ist der sich aber noch weiter ausdehnen wird ja weil man jetzt auch endgültig wenn man jetzt so weit gegangen ist dann glaube ich dann muss man wirklich durchziehen vor allem netanyahu weil wenn er jetzt keinen erfolg erzielt dann wird er wahrscheinlich abgewählt werden oder die regierung bricht auseinander und vielleicht muss er sich sogar vor gericht verantworten also der muss einen großen erfolg jetzt beibringen und da könnte ich mir fast also ich halte es im bereich des möglichen dass man die westbank wieder komplett repatriiert da wo die siedler jetzt auch sind ja weiß ich wie du denkst aber könnte ich mir vorstellen dass das eine sache ist es war immer immer landgewinne immer wenn israel krieg hatte waren eklatante landgewinne für das land und die westbank fehlt israel eigentlich noch zu seinem glück sehr zentral israel galiläa auf jeden fall ja das halte ich auch auf jeden fall für eine option meine ersten gedanken als ich alles mitbekommen habe über die medien jetzt von dem eingriff der hamas und daneben hatte ich vor ihm gehört habe sie im krieg erklärt haben und jetzt eingehen wollen da war mein erster gedanke natürlich wahrscheinlich bei euch auch als zuhören oder bei den meisten okay es eskaliert komplett also jetzt kommt der große weltweite krieg das war der erste gedanke mittlerweile natürlich hat es das geändert und ich denke es auch eine gesündere haltung ich bete dafür und hoffe dass es nicht so kommt aber anhand der bibel denke ich um die meisten christen den dritten weg wie das schon so ständig in aller köpfe und munde ist gleichsetzen mit der trübsal denke ich oder der großen drang sei ich denke das muss überhaupt nicht der fall sein das ist mir auch eigentlich so die letzten tage klar geworden weil wie gesagt die bibel fehlt da eigentlich noch einiges oder das fehlen auf jeden fall noch ein paar sachen das ist nicht so als ob das jetzt nur weil jetzt wie das jetzt gerade sehen so jetzt beginne letzten sieben jahre das ist überhaupt nicht so dass du realisieren auf jeden fall schon mal sehr geholfen ich hoffe dir auch und ja was doch immer jetzt kommt oder kommen mag ja ob dann der iran auch aktiv wird und es zum krieg zwischen israel und dem iran kommt ich denke persönlich dass wenn es zu einem krieg kommt dass der auf jeden fall einige zwecke erfüllen soll ich denke da dabei einen tempelberg es kann gut sein dass es vielleicht auch schlimm wird ja dass zwischen iran und israel der austausch sehr sehr hart wird vielleicht auch mit atombomben bereist oder mit großer zerstörung das ja vielleicht die usa sich da auch mit einem mischen wer weiß aber ich denke dass es sehr kurz sein wird wenn wenn überhaupt sehr begrenzt weil man dafür nicht vergessen dass die gewissen mächte im hintergrund die ihre agenten und ihre 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 pläne sage ich mal durchführen dass das ja nicht im sinne derer sein kann dass die welt zerstört wird oder das ganze länder in schutt und asche liegen das kann ich mir einfach beim besten will nicht vorstellen ich denke da eher viel eher eben zum beispiel an ja einfach einen reset dass ein paar sachen noch getan werden müssen geformt werden müssen um dann in die nächste etappe zu kommen aber selbst wenn das jetzt passieren sollte vor unseren augen was nicht gegeben ist dann ist das immer noch nicht die trypsale und das zu realisieren glaube ich es ist gut und hat mir geholfen und ja noch viel wichtiger es kann sich auch jetzt wieder beruhigen ja das kann auch genauso absolut ja es ist es ist nicht gegeben dass das jetzt hier eskalieren muss das ja überhaupt nicht gegeben und das wollen wir eben wie gestalt mit geben einfach da ruhe wo ich mitgeben genau und ja wegen der teilung ist vielleicht am besten da wirst du da vielleicht ein paar verse uns mitgeben dass sie ja zuhörer auch das aus der bibel sehen und vielleicht das können wir gerne machen ja vielleicht nur so zum als 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 hintergrund jesus beschreibt für die endzeit einerseits kriege und teure zeit und erdbeben und seuchen also eine sehr aufregende sehr gefährliche zeit und auf der anderen seite spricht er von einer sorglosen ruhe sie aßen sie tranken sie freiten sie ließen sich freien ja so wie zur zeit von noah gewesen ist sagt er so wird es in der endzeit wieder kommen das heißt jesus beschreibt für die endzeit gleichzeitig krieg und not und unruhen und auf der anderen seite ein vollkommen sorgloses leben bis zur wiederkunft jesu und da denke ich muss man vielleicht auch mal darüber nachdenken dass es unter umständen gegenden geben kann auf der erde ob es europa sein wird oder oder amerika oder china oder russland ja wo wo einfach kein krieg sein wird und wo sorgloses leben möglich ist bis zum schluss ja und auf der anderen seite unter umständen im nahen osten auch große kriege sein werden und auseinandersetzung also nur mal so für den für den hinterkopf weil jesus beides beschreibt in den in den endzeitreden das finde ich interessant ja und ich glaube manchmal dass wir nicht so statisch denken dürfen die zeiten die sind sehr dynamisch und manchmal wird man auch einfach über überrascht von von themen die man vielleicht nicht berücksichtigt hat auch auch innerhalb der bibel und dann muss ich auch sagen also man muss auch nüchtern sein unser leben ist auch einfach endlich ja auch selbst wenn es uns gut geht und wir keinen krieg haben und wir unser auskommen haben und alles ohne sorge ist dann werden wir doch nicht älter als 80 oder 90 jahre höchstens manche sterben früher wir müssen uns auch grundsätzlich damit auseinandersetzen irgendwann stehen wir vor gott ja und die frage ist wenn wir unser leben mit jesus leben und klar gemacht haben dann sollen wir keine angst haben ja sondern wir sollen mutig durch die durch unser leben gehen und auch zeugen sein und uns auch nicht von allem sofort erschrecken lassen ja manchmal ist es gut man geht einfach raus an die frische luft spielt fußball mit den kindern ja oder geht seinem hobby nach fährt mal fahrrad oder entspannt sich auch einfach mal und darf sich vielleicht auch selber sagen ich soll keine angst haben ja jesus christus ist mit uns und das ist eine zusage die wir haben am anfang als corona anfing in china da sind die leute die christen dort sind an die schlangen gegangen wo die leute schlange standen um eine maske zu bekommen und dann haben die christen in china traktate verteilt und haben gesagt die maske rettet sich nicht jesus rettet sich das fand ich toll ja also diese abgeklärte nüchterne diesen mut einfach zu sagen auch in so einer situation geh vorwärts ja und ich habe zu einem arbeitskollegen gesagt du ich bin christ ich brauche mich nicht zu fürchten und ich soll mich auch gar nicht fürchten und ich muss mich auch nicht vor allem fürchten ja ich glaube das ist ist wichtig ich bin komme aus der immobilienbranche die krise hat 2007 angefangen wir haben jetzt 2023 und die krisen jahre sind für uns alle gut gewesen ja und man hat uns immer erzählt nächstes jahr crashen die banken und die welt geht unter und es ist überhaupt nichts passiert ja und hätten die zeit eigentlich nutzen können für das evangelium und unsere arbeit zu machen und einfach zu warten auf christi wiederkunft ja und nüchtern zu bleiben also das für mich eine große lehrer auch gewesen also dass wir uns auch jetzt da nicht so schnell ins boxhörn jagen lassen wenn wir so meldungen hören aus dem nahen osten ja und nüchtern bleiben die stopp die bibel hilft uns auch dabei ja du hast noch die bibelstädte gefragt soll man sahaja 11 uns mal anschauen mit den beiden stehen also sahaja 11 das ist einer der der kleinen propheten da steht was interessantes und zwar wird dem sahaja in einer seiner prophetischen schauen wird werden zwei stäbe gegeben und zwei zwei holzstäbe einer heißt huld oder heute wird man sagen freundlichkeit steht in der elberfelder bibel und der andere stab heißt eintracht oder verbindung oder bruderschaft ja und diese beiden stäbe die soll sachar ja zerbrechen und das hat mit der teilung israels zu tun da steht in vers 10 also sachar ja 11 in vers 10 und ich nahm meinen nahm meinen stab huld oder freundlichkeit und zerbrach ihn dass ich aufhöbe meinen bund den ich mit allen völkern gemacht hatte und der ward aufgehoben desselben tages das heißt da wird ein stab zerbrochen der freundlichkeit heißt oder huld oder zugewandtheit ein bund der mit allen völkern gemacht wurde das ist der bund der in christus mit allen völkern gemacht wurde und dieser bund wird beendet warum weil das evangelium wieder nach hause geht nach israel nach jerusalem das geht wieder dorthin zurück ja und dann steht vers 11 dieser bund der wurde aufgehoben desselben tages und die elenden schafe die auf mich achteten die merkten dabei dass es gottes wort wäre und dann steht weiter unten vers 14 und ich zerbrach meinen anderen stab eintracht dass ich aufhöbe die bruderschaft zwischen juda und israel also juda steht hier für südreich und israel ist ein sammelbegriff für die zehn nordstämme ephra im norden und der zweite start wird nur ganz kurz wollte ich ja noch einwerfen in der mir in der schlacht steht verbindung der zweiten stadt verbindung das wurde ja sie übersetzt was vielleicht für die zuhörer besser dann zu verstehen verbindung und dass die verbindung gelöst wird eben also zwischen dem nord und südreich juda und aus israel wie schon damals war und dass das eben eine prophezeiung ist ja für die zukunft ja weil es macht für die zeit sachaias keinen sinn weil sachai hat das geschrieben nach der babylonischen gefangenschaft also zur zeit sachaias ist israel aus der babylon ist juda wieder aus der babylonischen gefangenschaft zurückgekommen aber es gab kein ephraim es gab kein nordreich es gab kein israel also die bruderschaft zwischen juda und israel konnte da überhaupt nicht beendet werden weil es gab nur noch juda und die zehn nordstämme sind irgendwo in den völkerschaften aufgegangen die existierten überhaupt nicht mehr aber wenn man das jetzt für die endzeit sich vorstellen würde dann könnte man daraus zumindest mal einen indiz ableiten dass scheinbar zwischen dem norden und dem süden die bruderschaft oder wie hast du gesagt eintracht oder wie sagt schlachter verbindung ja das ist ein schöner begriff ja dass die verbindung zwischen norden und süden gelöst wird dass die dass die aufhört und dass man daran zumindest mal so einen hinweis hat darauf dass sich scheinbar zwischen dem norden und dem süden etwas dass da etwas zerbricht und das meine ich dass man das heute sehen kann ja zumindest schon diesen haar ist der da anfängt und und selbst während des krieges jetzt ja wo bodenoffensiven anstehen demonstrieren die in tel aviv gegen die regierung also das ist unfassbar ja wie tief der riss dort ist ja ja sehr spannend also ich glaube das haben die wenigsten wahrscheinlich haben auf dem schirm gehabt beziehungsweise noch nie davon gehört aber in deiner augen ist etwas was auch noch passieren sollte aber das machst du nicht nur fest an safari 11 nein es wäre vielleicht für viele ein bisschen ja vage oder jetzt nichts woran man diese lehre so fest nagel könnte oder ja selbst behaupten könnte und das wollen wir ja auch noch klarstellen denke das ist aber um es noch mal gesagt zu haben was wir hier sagen das sehen wir nicht irgendwie dogmatisch sondern das sind hier ja auslegungen die auf jeden fall sehr gut fundiert sind und denke dass es die wahrheit gibt und ja beim bruder achim wie gesagt er für diese themen schon sehr sehr lange im vierten jahrhundert und es sollen einfach ja nicht nur ideen sein sondern einfach themen die für dich hoffentlich auch sinn machen aber es wird ja nicht behauptet so was ist es und du musst das jetzt glauben auf keinen fall falls du das gefühl hattest ich hoffe nicht und ich denke nicht aber falls du es hattest dann wollte ich das nur sagen und für mich ist auch vieles vom bruder was du hier was du hier bringst aber einiges neu die teilung israels zum beispiel hätte ich nicht auf dem schirm gehabt ja ist nämlich auch neuland aber es macht sinn vor allem wenn man eben ja in die nachrichten schaut und sieht was gerade in israel passiert das ist aktuell einfach so dass das land gespalten ist macht auf jeden fall sinn und wenn es dafür gute verse gibt dann ja macht es sehr sehr viel sinn sogar und was wäre denn noch ein fest gut gut dass du das ansprichst also man man kann das auch noch tiefer behandeln ja man kann da noch tiefer einsteigen in diese texte ist immer die frage wie tief geht man da rein wann verliert man die zuhörer ja dass die sagen das ist mir zu kompliziert aber wer da wer sich da interessiert für wenn ich das sagen darf der kann gerne auf meinen kanal geben da gibt es eine playlist über die teilung israels gibt es auch in englisch wer interessiert ist daran aber die meisten sind halt dann auch auf deutsch und dann wird stück für stück das auch entwickelt dass richtige kleine bibelarbeit die man da machen kann vielleicht über über mehrere tage auch wenn man interessiert ist daran und dann sieht man die stellen in die holen man sieht die stellen in die saia sieben man sieht die im mischer buch man sieht auch weitere stellen noch in sachar ja und dann taucht praktisch diese diese teilung israels bekommt dann auch wirklich eine basis im wort gottes man kann das wirklich zeigen aber man muss dann schon auch ein bisschen tiefer graben ja und wenn ich das vielleicht so sagen darf rein als bild wir haben am anfang über diesen tempel gesprochen über diesen dritten tempel und den gedanken dass man ja das ganze land israel auch wie einen tempel sehen kann ja also mit vorhof und heiligtum und jerusalem als allerheiligstes und der berg zion als altar auf dem christus geopfert wurde dann hat man eigentlich das ganze land israel ist dann aufgebaut wie der tempel wie der salomonische tempel oder wie die stiftshütte ja die ja mit zog in israel durch die wüste und wenn man den gedanken mal weitergeht und sagt in dem moment wo israel zerbricht in einen norden und in einem süden da entsteht der vorhof des tempels weil der norden ephra eben vom süden abgetrennt wird das dann wäre der vorhof da dann wäre der vorhof da dann wäre das heiligtum da dann fehlt nur noch die priesterschaft im tempel und die kommt wenn jerusalem wieder geboren wird und so spielen die dinge ein stück weiter ineinander ja und mit der perspektive schaue ich mir auch an jetzt bodenoffensive und dieses kriegsgeschehen in israel und den besuch von joe biden und unser bundeskanzler scholz geht ja morgen oder übermorgen auch unter ja da sage ich mir immer ich glaube nachdem was ich aus der bibel sehe israel muss zuerst zerbrechen in zwei teile ich könnte da bin ich sicher ja dass das so ist aber das ist ein angebot das muss jeder für sich in der bibel wenn er interesse hat auch nachprüfen dann könnte ich mir vorstellen dass die westbank noch zu israel zugeschlagen werden könnte weil das historisch auch israels stammesgebiet gewesen ist und dann glaube ich das ist der dritte punkt dass es einen tag gibt an dem jerusalem zum glauben an jesus kommt das sind so die drei punkte auf die ich warte was jetzt da passiert an unruhen an kriegen und an kriegsgerüchten ja das mag einen vielleicht beunruhigen soll es aber nicht ja dass die bibel schreibt da speziell auch nichts drüber jetzt was im gazastreifen da passiert die dinge auf die ich warte ist speziell dieses auseinanderbrechen israels dann glaube ich dann wird es jetzt konkret werden und wenn die stadt jerusalem an jesus glaubt ja was ein schöner gedanke ist ja dass auch die stadt jerusalem noch jesus christus finden darf ja auf jeden fall vielleicht wollen wir nach kok und margot noch falls noch zeit übrig bleibt dann kann er acht vielleicht noch kurz durchgehen oder so ok dann sieben acht und neun weil ich das erst ein bisschen viel aber vielleicht an acht weil ich da noch ein paar fragen hätte das aus meiner sicht auch noch davor passieren sollte könnte und ich zeit ja noch ein paar fragen ja also er vielleicht noch wenn dies ausgeht aber ja vielleicht nur noch eine stelle du hast vorhin die sarah siegen glaube ich erwähnt dass wir so zwei stellen haben zur teilung israels weil sahaja ja die meister bisschen wenig dann wird gibt es da noch eine stelle vielleicht wo man das sehen kann ja es gibt noch mehrere stellen man braucht ein bisschen fast ein bisschen historische historischen hintergrund vielleicht nur als gedanken es gibt eine stelle in jesus in daniel 9 dass der kommende fürst einen bund schließen wird mit den vielen das ist relativ bekannt ja und da sagt man der antichrist wird einen bund schließen mit israel in der endzeit das ist eine klassische auslegung die man hört ich glaube auch dass dieser zukünftige fürst der antichrist ist aber da steht ja nicht dass er einen bund macht mit dem mit israel sondern da steht er macht einen bund mit den vielen und jetzt ist die frage warum macht er einen bund mit vielen und nicht mit israel der grund dafür meiner meinen nach ist der dass der antichrist einen bund macht nur mit dem norden israels weil israel wenn israel zerbrechen wird dann wird der staat das in so einer feindlichen umgebung ja gar nicht lange durchhalten das heißt der norden sucht dringend nach einem bündnispartner und findet den in diesem zukünftigen fürsten weil der norden aber noch gar keine regierung gebildet hat und keine armee keine polizei und keine legislative judikative exekutive hat sondern nur eine unstrukturierte menge ist die sich halt einig war darin sich vom süden abzutrennen aber ansonsten noch gar keine struktur hat das sind die vielen und der antichrist macht einen bund mit den vielen deswegen weil der norden von israel abbricht und in kürzester zeit ein bündnis mit ihm eingeht und das ist nur eine unstrukturierte volksmenge das ist gar kein staat in dem kein staatsgebilde weil die gar keine zeit mehr dafür haben einen staat zu bilden also das ist so ein gedanke den man da auch haben könnte wenn man über diese trennung israels nachdenkt ja das ist ja und ja also und jetzt noch nicht zum ganzen mit nachvollziehen also weil für mich viele eher so jahre also wirklich viele an viele menschen einfach bedeutet aber das kann man auf jeden fall auch zu sehen als anzahl viele als anzahl mit den schienen da denken glaube ich die meisten sofort an un und so ein globaler pakt und das ist sehr schwer das jetzt so auf den kleinen bereich nordisrael ja das stimmt sehen für mich ist es auch gerade schwer das ist das sage ich aber ja ja also es basiert nicht auf auf diesen zwei aus diesen vers und auf daniel 9 sondern wie gesagt wenn sie interessiert dann gerne die playliste vom oder achim auf jeden fall dazu ansehen und alleine ist hat ja elf finde ich ist schon sehr ziemlich klar auch das kann man schon so sagen ja ja möchte ich so weitergehend zum nächsten punkt vielleicht auch in margok oder möchte noch ein bisschen zufügen so ist ein bisschen zufügen vielleicht oder können gerne zu gog und margok gehen wie du magst du bist auch der meinung dass gog und margok jetzt nicht kommen ja sondern erst nach dem tausendjährigen reich auf jeden fall ja also ich habe mich da vor ungefähr zwei jahren oder eineinhalb jahren viel mit beschäftigt und sehr viele trägten angehörten auslegungen weil das halt sehr aktuell war schon vor zwei jahren als ja auch in wie sie angegriffen wurde und da hieß es gleich gog und margok und ich wollte es ja wissen und habe dann sehr viel geforscht und von allen möglichen predigern auslegungen angehört und dasselbe natürlich auch sehr oft nachgelesen total ist auch eigentlich meine auslegung und zwar dass es halt eigentlich nicht vor den letzten sieben jahren sein kann das lässt sich eigentlich ganz leicht an ein paar stellen festmachen also ich finde es ist sogar offensichtlich das kann nicht ganz davor sein ich weiß nicht wie viele das behaupten oder wie viele gog und margok davor sehen aber ich wie ich es mitbekommen habe ist es doch in der evangelikalen welt eher eine gängige auslegung ja zum beispiel gesehen auch bei dem watchman eric seidelberg habe ich dir heute geschickt ja er ist ja auch sehr stark gewachsen hat ein nachrichtenkanal ist evangelikal und sehr gut vernetzt mit israel sehr stark am pro israel und der spricht auch immer wieder von gog und margok ich glaube er ist nicht so tief in der bibel drinnen das merke ich zumindest nicht als er ist eher der derjenige der berichtet und sehr gut vernetzt ist aber ja ich kann das schwer teilen und du eben auch nicht ne ich auch nicht mir geht es ja mir geht es wie dir ich sehe auch allen halben dass eigentlich überall immer die rede davon ist dass gog und margok noch vor dem tausendjährigen reich kommt ich habe eine relativ schlichte meinung dazu ich sehe dass gog und margok nur an zwei stellen in der bibel erwähnt wird also relativ wenig einmal in hezekiel 38 und einmal in offenbarung in hezekiel wird meiner meinung nach gezeigt woher er kommt aus dem äußersten norden ja und in der offenbarung wird gezeigt wann er kommt und zwar nach tausend jahren können wir uns vielleicht kurz anschauen die die bibel stellen in hezekiel ist das kapitel 38 ja also ich sehe es so als zwei ereignisse das hezekiel 38 am ende der siebenjährigen trübsal passiert und dann das zweite gog und margok ereignisse offenbarung am ende oder nach dem tausendjährigen friedensreich im tausendjährigen friedensreich kann ich mir schwer vorstellen weil es ist ein friedensreich und wenn man schlicht uns reich der riesen krieg ausbricht dann ist es kein friedensreich mehr also direkt danach sehe ich das was in offenbarung beschrieben wird und aus hezekiel da gab es einige stellen woran man in meinen augen erkennen kann zumindest dass es nicht vor der trübsal sein kann ich glaube also jetzt frei aus dem kopf ich habe es hier vor mir bei freisen kommt war es glaube ich dass in hezekiel 38 steht dass nach diesem ereignis der name des herrn nicht mehr gelästert wird ja vielleicht suchen wir das nur kurz an dem text aber das kann dann nicht vor der trübsal sein weil der antichrist wird den herren lästern wie niemand jetzt so vor alleine an dieser stelle würde ich erklären dass es nicht sein kann ich versuche die zeit nur noch zu finden vielleicht aber vielleicht hast du noch andere gründe warum du das nicht vorher siehst ja also ich bin deiner meinung ich glaube wenn man das im detail anschaut dass da viele solche details sind die du auch jetzt gerade erwähnt hast ja wo man sagt sagen muss es passt nicht sind auch andere sachen noch das sind ja auch liebe libyer und perser und äthiopier die mit im zug sind von von diesem gog und magok die werden aber auch im zug sein vom antichristen und das heißt also wir hätten gog und magok und den und das herr des antichristen noch vor uns also dann ist die entrückung auf keinen fall schnell ja das das würde dann der vor entrückung also vollkommen widersprechen deswegen erstaune ich dass die evangelikale welt das so immer wieder auch so transportiert ich habe verständnis dafür ich habe auch freunde die das absolut zu sehen wir haben da immer wieder diskussionen drüber es gibt auch argumente die die dann vorbringen und sagen ja gut da werden ja auch noch die menschen begraben werden sieben monate lang und sieben jahre lang wird noch feuer gemacht werden mit den waffen dann sind es ja keine tausend jahre sondern tausend und sieben jahre dann sage ich immer also wir wissen ja nicht mal was morgen ist was nächste woche ist und wir fragen uns wann die entrückung ist ja und jetzt wollen wir noch gucken was in tausend nach tausend jahren kommt aber gut ich habe verständnis dafür die stelle die ich sehe und die ich als deutlich empfinde und das ist eigentlich eine biblische vorgehensweise dass man die deutlichen bibelstellen vor den undeutlichen nimmt die steht einfach in offenbarung 20 da steht von gog und magok in vers 7 und 8 da steht und wenn tausend jahre vollendet sind also nach diesem tausendjährigen reich komme ich aber gleich noch mal zu wird der satanas loswerden aus seinem gefängnis und wird ausgehen zu verführen die heiden oder die nationen an den vier enden der erden denn gog und magok sie zu versammeln zum streit welcher zahl ist wie der sand am meer und sie zogen herauf auf die breite der erde und umbringten das herlager der heiligen und gegen und die geliebte stadt also jerusalem und es fiel feuer von gott aus dem himmel und verzehrte sie also da steht das nach tausend jahren der satan noch mal los wird der tausend jahre gebunden war im friedensreich jesu christ und dass der dann gog und magok verführt und die nationen verführt noch mal nach jerusalem zu ziehen und dort anzugreifen und wenn man die verse davor liest dann steht dort in vers 4 ich sah stühle und sie setzen sich darauf und so weiter dass die rede von denen die nicht das tier noch sein bild genommen hatten und nicht das malzeichen an ihre stirn und ihre hand diese lebten und regierten mit christus 1000 jahre also da regiert die gemeinde jesu 1000 jahre mit christus und die anderen toten wurden nicht wieder lebendig bis das 1000 jahre vollendet wurden dies ist die erste auferstehung selig ist der und heilig der teil hat an der ersten auferstehung über solcher hat der zweite tod keine macht sondern sie werden priester gottes und christi sein und mit ihm regieren 1000 jahre und wenn die 1000 jahre vollendet sind dann wird der satanas loswerden aus seinem gefängnis und wird ausgehend zu verführen die heiden den gog und magok also ich denke die bibel sagt in offenbarung 20 deutlich dass gog und magok nach dem tausendjährigen reich kommt ja ja ich denke dass die stelle für die meisten eh auch klar ist ich wollte ich jetzt noch fragen siehst du in sekel 38 39 das gog und magok ereignis hier und das in offenbarung als dasselbe oder siehst du es auch so wie ich dass es zwei ereignisse sind also dass es quasi zwei gog und magok ereignisse gibt also ich sehe es als ein ereignis es gibt manche die sagen es wird sich noch mal wiederholen aber ich würde es als ein ereignis sehen siehst du es als zwei ja ja also ich hätte es zwei gesehen ja aber ja also das würde jetzt dann wieder ein riesenthema aufmachen und ich bin jetzt aktuell nicht in dem thema voll drinnen also könnte ich da jetzt gar nicht so aus dem stehgreif mit dir die grünen über sprechen aber ich habe den vers gefunden denn ich habe einen schulnern war es eben 30 versieben und ich werde meinen heiligen namen offenbar machen unter meinem volk israel und ich werde meinen heiligen namen künftig nicht mehr entweilen lassen ja das ist für mich die schlüsselstelle einfach unabhängig davon ob es jetzt zwei ereignisse sind so wie ich sehe oder eines wie du siehst ich denke anhand von diesen beiden stellen es sich um 30 versieben und offenbarung 20 kann man ganz klar sehen gog und magok kann nicht vor der sieben jährigen typ soll sein oder wenn der herr sagt dass er seinen namen künftig nicht mehr entweilen lassen wird und sogar danach steht sondern die heidenvölker sollen erkennen dass ich der herr der heilige in israel bin kann nicht sein weil danach würde die trübsal kommen wurde antichristig gesagt den herrn lässt und wird wie keiner zuvor und die christen verfolgen wird weltweit das scheint auch keiner zuvor getan hat ja das sind nämlich so die ganzen stellen ob das jetzt daneben ein ereignis ist oder zwei das ist wieder ein anderes thema das wäre ein thema für ein eigenes video oder warum nicht ja genau ja super hast du noch was zuzufügen vielleicht zum thema ich überlege gerade also ich weiß wie gesagt dass dass es da viele meinungen zu gibt frage mich halt auch diese stadt harmoner etc die sind ja alles städte die man nicht nicht kennt meiner meinung nach kennt man die deswegen nicht weil die noch nicht gegründet sind die kommen erst noch so wie gott küros auch den könig küros auch 300 jahre bevor er gekommen ist schon erwähnt hat oder noch länger sogar ne jesaja 45 vers 1 so glaube ich ist es auch hier aber ich weiß auch dass viele das anders sehen ich habe mich gefragt wie kommt das überhaupt dass sowas in der evangelikalen welt so so vorhanden ist und es gab natürlich eine zeit wurde wo wir den kalten krieg hatten ja und wohl die amerikaner natürlich auch alles versucht haben die meinung gegen gegen russland irgendwo auch zu zu manifestieren und wo man unter umständen das auch dazu verwendet hat ja in der evangelikalen welt stimmung gegen russland zu machen und zu sagen das ist kok und margot das sind die bösen da kommt eine böse endzeit schlacht und hat die dadurch irgendwie dann in diese texte so beeinflusst ich finde es relativ deutlich dass es einfach steht dann in offenbarung 20 dass es halt auf keinen fall vor der vor der siebenjährigen trübsal zeit sein kann und aber ich weiß dass es viele anders sehen ich lasse es auch jedem unbenommen aber ich sehe zu viele argumente die dagegen sprechen auch der vers den du genannt hast finde ich ganz wichtigen für erst auch ja okay ja dann werden wir mit den punkten die wir zumindest aufgeschrieben haben vielleicht durch aber ja ich hätte noch was mir am herzen liegen würde wäre da in acht dann in acht sonst vielleicht noch ein thema spontan dass wir noch anreißen könnten also was wir uns aufgeschrieben haben haben wir glaube ich alles soweit abgehandelt ja also wenn wenn du nicht müde bist oder die zuschauer nicht dann können wir gerne daniel acht uns anschauen okay ja machen wir ja okay muss auch gar nicht lange muss auch gar nicht lange sein weil wir gerade bei dem thema sind eben was noch davor passieren muss in meinen augen ja für mich ist dann acht auf die endzeit bezogen weil das ja mehrmals erwähnt wird und wir haben uns ja auch schon ausgetauscht ein bisschen über daniel acht ich bin mir jetzt nicht ganz sicher zu welchen schluss gekommen sind auf jeden fall für mich persönlich anhand von ich habe den vers nicht direkt vor mir aber steht glaube ich zwei oder drei mal sie dass dieses gesicht sich bezieht auf die zeit des endes und da steht auch nochmal dass dieses gesicht also die prophezeihung in ferner zukunft liegt ja für mich vor allem die zeit des endes und wie siehst du daniel acht viele sehen das ja aber ich habe mal videos gemacht früher vor einigen jahren zu daniel acht und da haben dann einige kommentiert das wurde schon erfüllt unter alzheimer dem großen du teilst die auslegen mit antheorius epiphanes als einem prototypen oder vorgänger antichrist oder einer von den vielen antichristen aber sage ich mal dem den deutlichsten antichristen den im alten testament sehen und dass du auch einen ich möchte nicht sagen nachfolger aber so wenn man so möchte das zweite kommen des antiochus in der zukunft auch sie ist ist es richtig also dass du ja um das hier ein bild auf den zukünftigen antichristen ist ja und ja da möchte ich jetzt fragen wie sie ist und an acht hat sich bereits erfüllt ist es eine zweifache prophezeiung ich denke nämlich dass einige stellen in der bibel sich doppelt erfüllen und hier ist 24 zum beispiel habe ich jetzt auch vor kurzem war eine neue sicht darauf kennengelernt dass ja doch einige auch glauben dass okay das 24 bereits erfüllt hat eventuell auch eine doppelte prophezeiung es sich zum teil erfüllt hat mit oder bei der zerstörung des tempels was eines der schlimmsten ereignisse war für die juden wo eine millionen juden durch trümmer umgekommen sind und der tempel zerstört wurde wieder herrs prophezeit hat und es steht ja auch in ich glaube auch in matthäus auf jeden fall sagte er ja auch dass einige die hier stehen also diese generation wird nicht vergehen das geschieht was dann laut bibel 40 jahre sind und 40 jahre nachdem der herr das gesagt hat also innerhalb der 40 jahre hat es sich erfüllt mit der zerstörung des tempels das war noch das wäre dann wieder nächstes thema vielleicht um bei daniel 8 zu bleiben wie sie so daniel 8 ja also ich bin einverstanden mit dir hier steht ja mehrfach in vers 17 dass dieses gesicht in die zeit des endes gehört vers 19 steht ich will dir zeigen wie es gehen wir zur zeit des letzten zorns ja denn das ende hat seine bestimmte zeit und auch hier vers 26 habe mir die alle angestrichen die verse weil ich auch sehr wichtig finde das gesicht vom abend und morgen dass dir gesagt es ist wahr aber du sollst das gesicht heimlich halten dessen ist noch eine lange zeit dahin also dieses dieses kleine horn von dem hier die rede ist ist also um es ganz kurz zu machen für mich ein bild auf den antiochosepifan es ist zeitgleich warum aber es ist gleichzeitig eine ein ausblick auf die letzte 70 jahr woche wo der antiochosepifanis als kopie noch mal wiederkommt ich glaube dass der sich noch mal wiederholt das spannende bei antiochosepifanis ist wenn man sich ein bisschen mit dem beschäftigt der hat halt auch tatsächlich sieben jahre regiert fast wie die siebenjährige drangsal und hat in der mitte seiner amtszeit jerusalem verwüstet und den tempel entweiht und die opfer abgetan also alles das was der antichrist in der mitte der jahrwoche auch tun wird ja und kann das hier kurz zeigen ich habe ein buch geschrieben auch dazu jetzt vor nicht allzu langer zeit ich weiß nicht ob das scharf wird doch ja die 70 jahr wochen im buch daniel das kann man ungefähr sehen wie ich was wird nicht ganz scharf es reicht dann also da habe ich die 70 jahr wochen mal mal im detail mir auch angeschaut es ist so dieses kleine horn ist ein horn von einem ziegenbock ja der daniel hat ja eine vision dort von einem widder und von einem ziegenbock und der widder und der ziegenbock kämpfen gegeneinander der widder steht für medopersien der ziegenbock steht für alexander den großen das steht auch im text dieses erste horn ist der erste könig von griechenland ja das wird wird ja benannt auch und dieser ziegenbock mit dem großen horn der stürmt gegen den widder und wirft den zu boden und zerstört den widder und dann zerbricht dieses große horn vom ziegenbock und daraus kommen vier ansehnliche hörner vor das das erste hand war ein großes fahren das große hand alexander der große zerbricht er stirbt dann kommen vier hörner vier generelle von alexander dem großen kassander lysimachus seloikus und ptolemäus und diese vier generäle haben das reich alexanders des großen auf sich aufgeteilt weil alexander ist sehr jung gestorben ich glaube mit 33 jahren hatte keine kinder und das reich ist dann praktisch von seinen vier generälen aufgeteilt worden das heißt das große horn zerbricht hier in der vision ja der ziegenbock ist der könig von griechenland das große horn ist der erste könig und dieses große horn zerbricht und an seiner stadt wachsen vier ansehnliche hörner und diese vier generäle die werden praktisch durch diese vier hörner symbolisiert und auf aus einem dieser hörner wächst ein kleines horn und dieses kleine horn kennt man eigentlich auch schon aus kapitel sieben da gab es auch schon mal ein kleines horn aber das führt vielleicht jetzt zu weit diese vier generäle einer davon war der seloikus der erste der hat das seloiziden reich seloikiden reich gegründet und der letzte könig vom seloikiden reich war der antiochus also wir sind wieder bei antiochus ja und und dieser antiochus glaube ich ist ein kleines horn das war ein ein einer der nicht wert geachtet war des königreichs und er hat es doch an sich gerissen durch süße worte daniel 11 21 ja und der engel zeigt dem daniel diese vision und spricht dann von ihm und sagt das was ich dir hier zeige das gesicht das gilt auf die letzte zeit auf das ende der zeit so wie du sagst also das hat einen historischen bezug aber es macht gleichzeitig den ausblick auf die letzte siebzigste jahrwoche auf die endzeit und das ist finde ich das geniale in der in der prophetie dass es eigentlich da auch zwei erfüllungs zeitpunkte gab es gab eine vor erfüllung in antiochus und es wird eine endzeit erfüllung geben mit einer kopie des antiochus und also siehst du schon als vor erfüllung das war nämlich eine von den zwei fragen die ich dann auch hätte und zwar wegen der datierung zum buch daniel ich habe das dann auch kurz recherchiert und wann siehst du denn die datierung aber bei mir kam glaube ich raus so und jetzt im zweiten jahrhundert vor christus aber eben alexander der große und antiochus das war dann doch deutlich vorher noch glaube ich und das wird dann nicht zusammenpassen dass das eine ja das quasi zuerst das passiert ist dann wäre das buch darin geschrieben dann wäre es quasi keine prophezeilen mehr sondern es wäre ein rückblick mit gleichzeitig einen zukünftigen blick was ja eigentlich noch spektakulärer wäre also einfach nur halleluja weil so oder so es bezieht sich auf die zeit des endes aber ich finde es passt eben auch wie die faust aufs auge bei alexander und antiochus wieder gesagt hast aber wie sie so was vielleicht mit der datierung von daniel buch also ich glaube dass daniel früh geschrieben ist also 56 jahrhundert vor christus nicht im zweiten jahrhundert das mit dem zweiten jahrhundert ist meiner meinung nach theologische notwehr weil die bibelkritischen theologen sagen wenn das stimmt was daniel geweis sagt hat dann gibt es prophetie denn daniel listet ja im jahr 500 jetzt muss ich doch gucken wann es geschrieben hat weil ich das immer wieder hier erwähne listet er ja im detail auf ihr datum der niederschrift sechstes jahrhundert vor christus ich meine zwischen 500 und 550 hat ja ist ja relativ alt geworden aber der listet praktisch auf könige die im jahrhundert 64 vor christus erst gestorben sind so weit ist seine schau also fast 400 jahre vorher schreibt er diese könige so exakt auf in daniel 11 dass man die in der nachfolgenden geschichte identifizieren konnte und jetzt sagen die bibelkritischen theologen also das kann der daniel nicht gewusst haben weil wenn das stimmt gibt es prophetie wenn es prophetie gibt gibt es gott aber weil der daniel auch nur ein mensch war und da verschiedene sprachstile auch verwendet sind in dem in dem daniel buch und wird ohnehin nicht glauben dass man solche vorhersagen machen kann glauben wir dass das nach 164 vor christus geschrieben wurde weil da ist antiochus epiphanes gestorben und es kann erst danach geschrieben worden sein wie du sagst rückwirkend ja aber für mich ist das theologische notwehr weil also jesus verweist auf daniel ja jesus sagt also wer das wenn ihr sieht den gräuel der verwüstung dass er ein heiliger städte steht wer davon im buch daniel liest der merke darauf also jesus hat mehrfach auf daniel verwiesen und der hat nicht gesagt das hat sich jemand ausgedacht ja also das sind andere bezüge und die sind gewichtiger eigentlich und es ist so dass das man eigentlich wenn daniel manche sagen auch das ist sukzessive addiert worden zu dem daniel aber man muss sich vorstellen dass dann im ganzen mittelmeerraum in jeder synagoge damals nachts die rollen hätten bei daniel aufgetrennt werden müssen und man hätte da texte einfügen müssen und dann muss man die mit patex dann zusammenkleben und rollt die zusammen stellt die wieder in den schrank und alles in einer nacht im ganzen mittelmeerraum in allen hunderten und tausenden von synagogen das also deswegen sage ich dass es theologische notwehr weil das ist noch lächerlicher als das hier anzuzweifeln also ich glaube dass das es gibt prophetie warum weil gott in jesaja sagt sieht ich habe es euch vorher gesagt damit wenn es eintrifft ihr wisst dass ich es gewesen bin der es euch gesagt habe und nicht eure götzen die er anbetet prophetie ist in der bibel also ein ganz zentrales kennzeichen dafür dass das gott existiert und ich glaube dass diese theorie dass daniel im zweiten jahrhundert geschrieben worden wäre nur von einer bibelkritischen und gott kritischen theologie als notwehr verwendet wird so würde ich sagen sehr gut dass du das sagst ja ich glaube für jeden zuhörer falls du dich damit noch nicht so beschäftigt hast aber theologe bedeutet nicht gleich jemand der an gott glaubt ganz im gegenteil also die studiengänge und das studium der theologie an so gut wie alle universitäten bildet ich eigentlich zu den gottlosen aus mehr oder weniger als bibelkritik und die wenigsten sind dort wirklich gläubig und die die gläubig eingegangen sind die kämpfen damit den glauben nicht zu verlieren weil da einfach so viel an bibelkritik kommt und falls sich das verunsichert auch dr lothar gastmann dr roger liebi die wahrscheinlich die meisten von euch kennen die sind auch wirklich das studium von dieser bibelkritik durchgegangen und sind trotzdem noch im glauben es gibt auch eine ich habe den namen ist leider vergessen aber ich werde es dann verlinken denke ich mal die eben auch wegen der bibelkritik ihren glauben aufgegeben hat aber dann am ende ihres lebens realisiert hat was sie eigentlich getan hat und eben dann diese ganzen fehler in dieser bibelkritik aufgedeckt hat und ein buch daraus geschrieben hat ich glaube gute lindemann wenn ich mich nicht ja genau das würde ich auf jeden fall auch sehr sehr empfehlen und das würde ich halt immer im hinterkopf behalten und ich weiß nicht ob hier mit der c14 methode gearbeitet wurde ich denke weil nicht sondern dass man das versuchen an von schriftart und sprache vielleicht versucht dann zu datieren aber wie auch immer das sollte man nie vergessen als außenstehender dass datierungen meistens eben ja habe ich mal am ende dann beschlossen werden von nicht gläubigen menschen die profitiere ablehnen die sagen das kann nicht sein es kann aber nicht sein dass der das schon vorher alles so wusste unmöglich und deshalb setzen das jetzt hierhin also nach den ereignissen weil sie das nicht in ihrem universum akzeptieren können wollen also ich darf vielleicht auch sagen ich habe grenzenloses vertrauen in die bibel also ich habe im beruf sklavisch beigebracht bekommen alles zu hinterfragen und ich habe lange bei großen banken gearbeitet wo man verträge prüfen muss und uns ist beigebracht worden alles zu wieder hinterfragen nichts zu glauben alles selber zu prüfen die selber zu plausibilisieren sich selber die eigene meinung zu machen das waren zum teil auch komplizierte verträge ich habe das bei der bibel auch so gemacht ich bin zum glauben gekommen und habe dann eine phase gehabt wo ich gezweifelt habe und habe gesagt du willst das bloß glauben und ich bin jetzt seit vielen jahrzehnten christ und ich habe nirgendwo eine bibelstelle gefunden wo ich sagen würde da ist die bibel widersprüchlich oder falsch nirgendwo im gegenteil je länger ich in der bibel lese desto mehr vertrauen habe ich zur bibel und ich muss sagen ich habe grenzenloses vertrauen dazu und viele kommen und sagen ja die bibel ist ja verfälscht dann frage ich immer gern zurück wo denn zeigst mir und dann kommt halt nix ja und im internet findet man auch oft diese aussagen die bibel wäre verfälscht worden der vatikan hätte irgendwelche originale da im keller liegen also das ist unsinn ja ihr könnt jede moderne bibelübersetzung heute nehmen da sind zum teil die wir ja eben auch gesehen haben in sacharja ist jetzt mal statt bruderschaft wie hast du noch gesagt den schlachter ich weiß nicht mehr genau verbindung glaube ich übersetzt ja das liegt aber daran dass hebräische wörter manchmal eine sehr große bedeutungsbreite haben und das deutsche halt eine sehr exakte hochsprache ist eine sprache der dichter und denker und das deutsche ist fast zu exakt um das zu übersetzen und dann wählt man ein bestimmtes deutsches wort und der deutsche denkt das kann jetzt auch nur das heißen im hebräischen ist es aber manchmal eine etwas breitere bedeutungsbreite deswegen gibt es unterschiedliche übersetzungen die wörter unterschiedlich übersetzen heißt aber nicht dass jetzt der grundtext oder der urtext irgendwie kritisch wäre ja also ich habe ein großes vertrauen und wenn ihr jesus christus sucht und sinn und heil und rettung sucht in eurem leben dann könnt ihr jede bibel nehmen die er heute findet jede deutschsprache außer vielleicht diese volksbibel die mag ich nicht so sehr ja ist auch keine übersetzungen übertragung aber so eine luther bibel elber felder schlachter und so die könnt ihr alle nehmen gute hoffnung gute nachricht alles gut beim thema bibel verfälscht wollte ich noch barter erwähnen weil er sogar von muslimen teilweise gebracht wird und das war für mich auch so ein bisschen eine phase ja wo es schwer war wo ich dann eben zwei mal mit diesen vorwürfen konfrontiert wurde widersprüchen evangelien in den evangelien zu berichten und ich habe mir sehr viel dann von ihm angehört von dr barter erwähnen weil ich überzeugen bin dass der jesus die wahrheit ist und über die wahrheit ist und da dass sie das überstehen wird aber einige zeit hatte ich eine antwort ja ich habe gebetet zum herrn und es war eine schwere zeit aber ich habe antworten gefunden und ich habe daraus auch videos gemacht auf meinem kanal also falls du gerade in solchen sachen konfrontiert führst dann kann ich dir diese videos sehr empfehlen weil ich habe ansonsten diese antworten nicht gefunden also auf manche sachen ja bei einer sache habe ich wirklich nirgends im internet eine antwort befundene lösung und hat dann selber die lösung gefunden ja also ich danke dem herrn dafür das ging darum judas und ob er durch den strick gestorben ist oder doch dann den acker unter akendama denn akaba jerusalem und wie das zu vereinen ist verknüpfen ist scheinbar unterschiedliche berichte das habe ich da in dem video erklärt das sehr wohl zu harmonisieren ist genau also der glaube übersteht jede bibelkritik auch emotion und alles was du gerade durch machst ja welches ist die wahrheit und dein glaube wird das alles durchkommen da das möchte ich nur mitgeben ja und dass wir das und sehr viele christen das auch durchgemacht haben ja aber er ist die wahrheit und das sehen wir nicht nur an der bibel und an den ganzen verzeihungen das sehen wir auch in der welt und wie wir erleben ja ja und ich denke auch es ist nicht heils notwendig jetzt daniel zu kennen und sacharja und diese ganzen endzeit themen ja ich beschäftige mich da gerne mit aber um in den himmel zu kommen und gerettet zu werden da brauchst du so ganz klein bisschen glauben da muss man nur glauben dass jesus für uns gestorben und aufgestanden ist und das ist schon genug ja und was gott dann da dazu noch schenkt an an wissen und an erkenntnis das soll einen nicht aufblasen wie der luther sagt da im alten testament ja oder im krönterbrief sondern soll auch zu jesus christus führen aber diese diese endzeitlichen spezialitäten spezialthemen die sind nicht heils notwendig sondern da kann man sich mal mit beschäftigen ich bin da auch vorsichtig in meinen aussagen ich versuche das möglichst auch eng am text dann auch zu zeigen ich habe auch erlebt dass viele auch auslegungen gemacht haben die sich dann nachher als falsch erwiesen haben im irak krieg war das der fall ja in den 80er jahre ja und die haben sich alle korrigieren müssen sehr sehr mühsam weil die daniel prophetien dann auf den irak krieg angewendet haben und das ist alles schief gegangen ja und deswegen bin ich sehr vorsichtig so so zeitgenössische politische ereignisse auch die jetzt hier mit mit der bibel erklären zu wollen das machen manche im internet aber ich bemühe mich da so ein bisschen um nüchternheit und zurückhaltung und sagt was steht denn dort und was steht dort nicht und versucht es am text zu analysieren mal ganz unabhängig von dem was auch passiert nichtsdestotrotz glaube ich dass man wenn man so milestones hat ja dass man dass man mal vielleicht im hinterkopf haben kann dass israel erst mal noch zerbrechen muss dass jerusalem zum glauben an jesus kommen muss und dass das noch dinge sind die noch ausstehen dann glaube ich kann man sich eine gewisse nüchternheit im glauben auch bewahren und es ist auch immer gut auch als christ mit beiden beinen auch nüchtern im leben zu stehen ja wir sind nicht von der welt wir sind in der welt wir sind in der welt aber nicht von der welt ja so muss man sie eigentlich beides beide dinge sehen aber es ist auch gut eine gewisse glaubens nüchternheit zu bewahren jesus sagt auch seit nüchtern und wachet und nicht seit panisch und wachet ja und das gehört in so zeiten wie jetzt auch dazu der herr ist da und er hat seinen plan und er geht mit uns und wer an jesus christus glaubt für den ist alles gut geworden wenn das nächste corona kommt dann gehen wir halt mit traktaten raus und sagen den leuten nicht die maske schützt durch sondern jesus ja der rettet euch und so halten wir das auch und findet es auch sehr ermutigend ja sie mich freut auch immer wie wie du da an die themen ran gehst und wie du offen bist und die sachen nach prüfst das ist einfach gut ja und die nüchternheit zeichnet glaube ich den christen auch aus und eine lebensbejahende und fröhlichen gefestigten glauben christus die welt die die den glauben nicht hat die müsste sich fürchten und die weiß ja nicht wo vorne und hinten steht aber aber wir haben immer wieder gottes wort und ich mache auch schon mal urlaub in den salmen einfach dann lese ich mir im salm und sagte her hat alles in der hand dann bete ich mache meine bibel zu und geht ans tags wäre ein tagwerk ja dass das wird auch zu nüchternheit des glaubens dazu zuversichtlich wir haben hoffnung ja wir haben das leben gefunden in christus ja ja danke für die worte noch und kann ich nur am ende zu sagen und das so bestätigen ja weil wir schon der zeit etwas fortgeschritten sind soja ich gesagt dass wir einfach noch zwei kurze punkte machen also ich hätte noch zwei kurze fragen kurz machen weil eine sache ist glaube ich ziemlich wichtig vielleicht auch für die zuhörer weil du ja antiochus als den prototypen oder forscher antichristen sie ist wollte ich dich fragen ob du den zukünftigen antichristen von der abstammung her auch als jude sie ist zwingend oder nicht weil antiochus ist ja selokide somit könnte man sagen grieche und ja wie du das siehst wäre meine erste frage genau also viele sehen den antichristen als juden und sagen dass die juden niemals bereit wären einen nicht juden als ihren messias anzuerkennen ja der antichrist würde sich ja ausgeben als gott oder als als zumindest als messias und die juden werden ihn anerkennen und viele pastoren sagen so habe ich auch immer gehört dass die juden niemals einen nicht juden anerkennen würden aber es gibt halt zwei bibelstellen wo die juden das trotzdem gemacht haben ja also der 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 antichrist ist für mich das tier aus dem meer nicht das tier aus dem land ja das tier aus dem land ist für mich der falsche prophet und das tier aus dem meer ist für mich der antichrist und die juden haben weil es immer ein bisschen durcheinander geht ja also auch bei roger lieby zum beispiel also nur um deinen namen zu nennen aber die juden haben schon mal den kaiser in rom ihren könig genannt als jesus gekreuzigt haben haben sie gesagt wir haben keinen könig außer dem kaiser und der kaiser in rom ist ein tier aus dem meer ein politiker der kein jude ist ja und die haben ihnen jesus vorgezogen also nur mal für den hinterkopf und sie haben auch von herodes gesagt als herodes eine große rede zu ihnen tut ja und dann nach hinten umfällt und stirbt da haben die juden gesagt das ist gottes stimme und sie wussten herodes war aus edom ein edomiter kein jude und ich glaube dass in der endzeit die verwirrung und die 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 theologische religiöse aufgewühltheit so groß ist die unüchtenheit so groß dass die so jemanden anerkennen werden der kein jude ist also ich glaube dass die den ich sag mal diese wiederholung des antiochos epiphanes wenn die nach jerusalem reingeht dann werden die juden den anerkennen als ihren befreier das klingt zunächst mal vielleicht für den ein oder anderen ungewöhnlich aber ich würde mal folgende skizze machen wollen wenn jerusalem wiedergeboren wird dann sind ja gläubige christen dann in der stadt und die werden natürlich das evangelium jesu christi predigt und es wird für die juden sehr unangenehm sein dass aus ihrer welthauptstadt jerusalem das evangelium jesu gepredigt wird weil sie das nicht wollen sie lehnen ja jesus ab und die juden warten noch auf zwei messiasse die warten auf einen messias ben david und ein messias ben josef im prinzip warten die juden noch auf einen leidenden messias und einen herrschenden messias wir christen sagen nein nein das ist ein und derselbe der ist schon mal gekommen und auf golgatha gestorben und jesus wird wiederkommen in der in der endzeit als herrscher ja das ist die christliche sicht dieser messias kommt zweimal einmal als leidender messias einmal als herrschender messias die juden sehen das anders die juden haben kein neues testament sondern das alte testament und die sagen da wird ein messias kommen ein sohn josefs mit der maschiach ben josef der wird getötet werden und dann kommt der maschiach ben david messias der messias der sohn davids und der wird großes ungemach von den juden abwenden das ist die endzeiterwartung im judentum zwei messias wenn der antichrist nach jerusalem reingeht und die wiedergeborenen menschen in jerusalem meuchelt und zwar bis in den hintersten winkel dann werden die juden sagen ein glück dieses diese phase ist vorbei wo das evangelium aus jerusalem gepredigt worden ist und dann werden sie sagen die du bist unser maschiach ben david auf griechisch heißt das du bist unser christus der sohn davids denn maschiach ist ja der gesalbte und gesalbte heißt auf griechisch christus und ben david ist sohn davids das heißt die juden werden zu diesem fremdherrscher der nicht aus israel sein wird der aber diese schmach von jerusalem und von den juden abwendet werden die sagen du bist der maschiach ben david auf griechisch du bist christus der sohn davids dann ist er anti christ dann ist er der gegenspieler von christus da müsste man sich zeit nehmen für ja das ist auch ein ganz ganz spannendes thema was sich da auftut ein thema wo es mir kalt den rücken runterläuft aber wo ich glaube dass die juden einen nicht juden als messias und damit letzten endes auch als gott anerkennen werden wie paulus im thessalonischer brief schreibt dieser dieser mensch der sünde dieses kind des bösen setzt sich in den tempel gottes als ein gott und lässt sich dort verehren als gott als maschiach ben david interessant ja also das teile ich jetzt noch nicht oder nicht ich verstehe auf jeden fall einer sein muss aber es ist nicht ausgeschlossen und je nachdem wie es doch sein mag also ja ich habe zumindest keinen vers im kopf der dem klar widersprechen würde ja es ist ja auch einfach der gedanke so sie würden nicht akzeptieren hier müsste das noch mal prüfen natürlich nachschauen ob ich dann noch ein vers habe ich habe auch mal ein video gemacht habe ich ein kurzes video dazu vielleicht finde ich aber je nachdem das ist ja auch nichts woran jetzt irgendeine lehre steht oder fällt das ist eigentlich irrelevant ob der jetzt dann quasi in diesem sinn auch absolut ein ebenbild oder typus sein wird von antiochus oder nicht von der abstammung her ja im endeffekt der typus ist aber jetzt von der abstammung her grieche ist oder nicht ja das ist richtig also ich erwarte ihn und das die verwirrung vollständig zu machen ich erwarte ihn auch aus damaskus da aus syrien weil syrien ist das alte seloikiden reich ja und ich glaube dass dieser sogenannte antichrist oder dieser kommende herrscher aus damaskus kommt und einen bund mit den vielen macht und weil der aus damaskus kommt aus syrien und einen bund mit effra im macht werden wir in der endzeit einen syroephraimitischen bund bekommen und dieser syroephraimitische bund das ist eine ganz alte geschichte die ich da erzähle das ist jesaja sieben siehe eine jungfrau wird schwanger werden und einen sohn gebären da ist syrien und der norden effraims gegen juda und jerusalem gezogen der bruder krieg in israel warum weil israel zerbrochen war in zwei teile ja die kreise schließen sich wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt also in jesaja sieben war jerusalem zerbrochen der norden effra immer hatte ein bundes gemacht mit rezin aus damaskus und dieses bundes ist in der geschichte bekannt als syroephraimitischer bund syrien und effraim gegen juda das ist eine hoch spannende prophetische stelle da muss man aber ein bisschen geschichtshintergrund haben um das zu verstehen und dann schließt sich der kreis dass israel zerbricht weil das wird sich wiederholen denn wenn das kommt wird die jungfrau die tochter zion schwanger und wird wiedergeboren das ist der gedanke ist aber ein bisschen viel jetzt vielleicht auch ein bisschen kompliziert aber ich will damit nur sagen manchmal braucht man für die themen einfach ein bisschen dann aber braucht einiges auch an alttestamentlichen kenntnissen ja und ja wir dürfen das nicht so aus dem bauch raus analysieren sondern man muss die punkte verbinden ja sagt man ja in der wahrheitsbewegung in der welt ja verbinde die punkte und das mache ich so ein bisschen in der bibel und verbinde die punkte ins alte testament also es gibt gibt ja dieses endzeit pärchen der antichrist und der falsche prophet ja das ist so ein unseliges pärchen in der endzeit und dieses solche pärchen gibt es auch im alten testament also ja bin und sie sera oreb und seber und salmuna die wir kennen von von der offenbarung die wird schon im richter buch erzählt die wird schon in fünfte mose erzählt die wird in jesaja erzählt das will ich damit nur sagen diese punkte müssen wir diese linie müssen wir verbinden diese kenntnisse müssen wir haben dann wird da auch ein schuh draus und dann sage ich erzähle ich gar nichts neues sondern ich erzähle eine ganz alte geschichte die für uns aber neu ist weil wir in den dingen nicht unterwiesen worden sind das ist unser problem bei der bibelauslegung theoretisch mit gottes geist bräuchten wir kein kein neues testament das alte testament wird uns theoretisch genügen wenn wir das alte testament mit gottes geist lesen wird es zum neuen testament die apostel und die urgemeinde hatten ja auch kein neues testament das entstand ja erst als der paulus im gefängnis war die hatten ja nur altes testament das muss man sich überlegen ja und haben daraus jesus und die erlösung und die auferstehung und seine wiederkunft und antichrist und alles aus dem alten testament entwickelt gehabt das ist was großes ja deswegen sage ich erzähle eigentlich nichts neues sondern ich erzähle eine ganz alte geschichte die aber vielen leider unbekannt ist weil uns da bibelwissen fehlt ja super das macht mich ein bisschen bisschen ruhig auch ein bisschen gelassen bei der situation die wir jetzt haben im nahen osten ja es gibt für mich dinge die noch kommen müssen bevor der große welten brand da ansetzt das dauert auch noch und jesus sagt das auch fürchtet euch nicht ja das muss zum ersten alles geschehen aber das ende ist noch nicht so schnell da diese nüchternheit die sollen wir uns bewahren ja und mal spazieren gehen fußball spielen schwimmen gehen bisschen abschalten und das mal in gottes hand einfach lassen ja wir können die welt nicht retten die ist schon gebettet ja und wir mit so ist das handy aus vor allem auch in der heutigen zeit absolut super ja und ich wollte sagen eben an der stelle der tiefgang und im alten testament das wirst du auf dem kanal vom bruder in fülle finden also hat er ganz viele playlists und ja muss man muss sehr konzentriert dabei sein wenn du kurz nicht zuhört dann bist du vielleicht schon weg weil es wirklich sehr sehr tief reingeht und kann man sehr sehr viel lernen also werde ich auch noch eine videos anschauen auf jeden fall oder freuen sich schon ja ja schon geschnitten ja gut dann würde ich sagen hat mich sehr gefreut während noch was am herzen oder ansonsten ja alles gut sagt noch ein schönes schlusswort ich grüße auch alle danke fürs zuschauen und ich überlasse dir das schlusswort ok super ja also vielen dank für die zeit und ja aber super ich glaube und ich hoffe dass es für euch auch ein segen war von gewinn und dass sie da ist ruhiger rauskommt als ihr vorher wart ja ruhe und frieden sollen wir leben als christ und das auch ausstrahlen und nicht jetzt damit der welt mitgehen und angst bekommen das sollten wir euch vor allem vermitteln und ja ich wünsche euch den frieden und den segen des herrn ihr sollt wissen dass ihr geliebt zeit und dass der herr jesus christus überwunden hat und dass auch wir diese welt überwunden haben dass wir bereits hingehören und was in seiner hand sind und von dem her haben wir zuversicht wir haben hoffnung und wir dürfen uns freuen ich wünsche dir gottes reichen segen und ja eine schöne zeit genieße die zeit genieße dass wir vom herrn haben und uns geht es hier wirklich sehr sehr gut das vermisst auch oft handy mal abschalten das tut glaube ich sehr gut hände weg bibel auf damit ja gottes segen danke fürs zuhören bis hierhin und ja vielleicht bis zum nächsten video genau ok ciao ciao